Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais, oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Puh, er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App. Hier ist Spider-Man! Hey, ganz vergessen. Gestern gab's einen Einbruch, direkt nebenan, bei der Rocks on Vasa. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchs-Mafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, äh, rufen sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Ha, bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich hab in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der U-Bahn? Nee. Erst seit letztem Jahr als mein Bruder. Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die Everest-DN abgenutzt haben. Ha, 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 das war ich. Viel Glück mit den Sensoren. Die Sensoren. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Hm. Wo führen diese Kabel hin? Ich sollte den Sensorkabeln folgen. Äh. Gerade. Ich muss in diesen Raum rein. So, wenn Gegner misstrauisch werden, scheint das Symbol... Genau, was? Ja, okay, okay, okay. Easy. Hey! Selber, hey! Irgendetwas stört die Signal-Relais. Da gucken wir doch mal nach, ne? Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Damit könnte ich bestimmt Peets Holo-Drohnen herstellen. Teilen, die du stadtweite Aktivitäten abschließt. Ja, okay. Die sind nicht einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Hm. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Ah, die holen wir uns alle. Aber nicht jetzt, oder? Wo ist denn unser Hauptstrang von der Story? Egal. Wir gucken jetzt mal... Was direkt hier nebenan. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holo-Drohnen. Und wer tut sich das? Oh, der hat Holo-Technologie vor sich. Das ganze Leben war ein Fehler. Hey, halt das mal, bitte. Hey, Underground. Wir treffen uns dann ein bisschen zu häufig. Ja, oder denn? Es war dumm, sich mit uns anzulegen. Went an. Was ist für mich? Ich Lass mich an. being- Was ist das? Du hältst uns nicht auf! Kommt doch! Kommt der Steelfest, oder? Okay. Ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis, wie sieht es jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Mein Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Rockstone die U-Bahn, um Nuformen zu transportieren? Rockstone? Ja, die U-Bahnen sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben einen Bruder erwähnt. Ist das sonst noch Familie? Hab sie ja länger nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit dem? Der Familie? Hoffentlich kleiner. Ja. Ich muss los. Der Underground wartet. Bye! Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkora sagt, er schnell rein, sei aus! Muss sie untereinander treiben. Es braucht seine Zeit, Mann! Was? Was für das denn? Nimm dich vor spinnende Nacht. Das sind aber noch mehr. Schau dich an, schau mich nicht an. Ich könnte Peats Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Ja, ich kann die markieren. So, na. Mit den Farben bin ich eigentlich sehr offensichtlich hier oben, ne? Ich hab immer noch im Auge, das ist nicht gut. Mit ihm pochen. Oh, das ist noch einer. Oh, das ist noch einer. Einer wenig. Was ist denn, Hals? Oh mein Gott. So wenig Lärm wie möglich machen. Okay, sind aufgeflogen. Ich hab ne Theorie. Ihr wollt Move vorm abgreifen. Habe ich recht? Habe ich recht? Hier! Fang! Und alle Schusten! Nicht alleine! Hier kommt mir das mal nach. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Und alle Schusten! Kommt mir nach. Hand! okay fest Oh, fies. Ach, der Szenen-Ockee, der reingesponnen ist. Oh. Nee, hab ich mir nicht vorgehabt. Das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen. Ja. Ja.